Also ich habe letztens eine Umfrage zu dieser Stelle gemacht und da wirklich sehr viele diese Umfrage falsch beantwortet haben, dachte ich mir, ich mache mal ein kurzes Video darüber. Also man liest hier die Verkehrszeichen von unten nach oben und zwar haben wir jetzt hier an dieser Stelle, ganz unten steht Anlieger frei. Das bedeutet, Anlieger dürfen hier immer reinfahren und können das Verbotszeichen ignorieren. Dann haben wir oben drüber eine Zeitangabe von 20 bis 5 Uhr, gilt ein Verbot der Einfahrt für Kraftfahrzeuge. Deswegen dürfen wir hier abends ab 20 Uhr nicht reinfahren. Wenn wir jetzt angenommen hier morgens eine Prüfung haben, um 9 Uhr angenommen, dürfen wir hier reinfahren und das Verbot gilt nicht.